Unsere Meiler Planungssysteme sind perfekt auf den Aufbau abgestimmt, sprich es sind keine zusätzlichen Modifikationen mehr am Stahlbau notwendig. Desweiteren erfüllen wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich Unfallverhütungsvorschriften und Außenbreite. Bei der seitlichen Rollplane handelt es sich um ein robustes Planungssystem, das ganz einfach ohne zusätzlichen Aufstieg von unten bedienbar ist. Das Thema Fahrerhausschutz kann dargestellt werden, selbst mit Planungssystem. Eine erhöhte Stirnwand ist an dieser Stelle kein Problem und das Planungssystem ist leicht demontierbar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So einfach kann eine ordnungsgemäße Ladungssicherung sein. Sie können ein Meiler Planungssystem auch jederzeit nachrüsten.